Hallo, da sind mal wieder. Hallo. Wir wollen ein bisschen die Stadt terrorisieren. Mal wieder? Mal wieder. Oh, guck mal der Mond. Was? Oder? Batman, verdammt. What? Greite die Stadt, Joker! Oh, schade. Ich dachte jetzt, ich flieg durchs Haus. So. Okay. Nachdem wir das schon mal geklärt haben, ähm, ja. Aufgabe. Wir wollten die Dominatrix machen, ne? Genau. Okay, zügig weiter. Oh, ich flieg aus. Kehre zum Schiff zurück. Na toll. Dann kehren wir mal zum Schiff zurück. Tschüss. Ciao. Oh, gut. Oh, so. Oh, so. Und hier? Ich flieg wieder weg. Ach, hier. Äh, ja. Das ist ja praktisch. Du flog. So. So, what exactly is Enter the Dominatrix? Oh, man. Are we really taking that up? It was really weird. It was amazing. Worst idea we've ever had. Really? Script made no sense. Like, at all. Saints Row 4 was way more elegant. Pierce seemed to like it. Of course he liked it. It started off with him as mayor of Steelport. W-wait. If Pierce was mayor, if Pierce was mayor, that means mayor Reynolds and you were- Like I said, worst idea we've ever had. My administration was tough, but fair. I'd like to think the boss based their presidential performance on me. Yeah, that didn't happen. Of course, originally, they just booked me for a guest appearance, but I just chewed up the scenery so much they had to keep me. Of course, I did have to insist on several changes. Well, for instance, in ETD, that's short for Enter the Dominatrix, the Zinn arrived with much fanfare, assaulting the city of Steelport. But, you know, I don't want to spoil it for you. See the mission and you'll get what I wanted to change. That's so cool. In British English also. Yeah, then paste that Macbeth. Oh. That's the plan, Shaundi. Grab a gun. The Zinn just came out of nowhere. It's insane. I warned you people for years, but you're always- Oh, Kinsey, that's crazy. I have a little too. Oh. I'm heading to the roof. Kinsey and I will meet you out front. Yes! Two! A multi-pomber. Lammwerfer. Will the other take over you? I'm out of the way. I can only take one. Yeah. Oh, then I have the multi-pomber. Okay, wo müssen wir hin? Ach, da, aufs Dach. Oh, aber ist denn hier Nightblade bei uns? Oder soll das... Hä? Oder ist das... Muss sowohl. Ach, ja, doch nicht. Ich dachte, das wäre Dings, das wäre Matt. Matt hat ja dieses Kostüm, aber das ist ja doch. Oh! Ich bringe mir den Fallschirm ab. Ich bin so versagend. Wie macht man denn das? Das war toll. Das war definitiv. Wie geht denn der Fallschirm? E, glaube ich. Also bei mir steht E. Naja. Oh, da ist die Plattform. Feiner. Ja! Wir kommen! Also ich hätte eigentlich noch ein bisschen länger fallen können. Ich wäre auch hier noch auf den Vorsprung gelandet. Komma! Ich warte auf mich! So, aua! Ja. Danke. Oh, oh, jetzt kommen die Roboter. Was ist da los? Vielleicht nicht die beste Wahl, Feuer zu sehen für die Roboter? Nein. Oh, ich hab keine Strafung. Was? Die Munition ist endlich, aufpassen. Oh ja, sehe ich gerade. Ich hab noch 6. Das ist sehr toll. Das ist ja ein Kölnchen. Ein bisschen das Kölnchen. Okay, ich glaub ich hab wahrscheinlich keine... Nein. Hi, KC. Ich hab eben gedacht, du nimmst hier den Schmitzkasten. Ich hab immer mal ein paar Kopfschüsse, dann geht das schon. Oh. Nee. Nicht so. Ähm. Hier war kein Kölnchen. Man schießt doch hin. Oh, UFOs! Ja. Ja. Okay, das war gut. Das war gut. Nein. Nein, da hab ich keine mehr. Ah, die anderen. Welche anderen sind... Welche anderen? Okay, ein paar andere sind, äh... Ah ja. Ein paar andere haben unendlich Munition. Mal gucken, bei dir. Daumen sind wir angeschlagen. Oh oh. Was ist jetzt los? Äh... 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 Oh nein, hier kommt's! Es wird die Stadt enttäuschen! Ein Marshmallow, man. Nein. Oh... Äh... 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 Ich... ... werde das behandeln. Äh... Okay, man. Äh... Ops. Nein! Ja! Ja, ne, ist klar. Wir sind auch ausgestoppelt, dann schließen wir auch nicht mehr. Ja! Wir werden niemals vergessen, dass ich ihm niemals erzähle, wie ich fühle. Ja, ja! Das ist so, wie ich mich erinnere. Das war so cool! Ja, wir haben nicht das Budget, um es in den Spiel zu bekommen. Ich erinnere mich. Warum sind wir in der Gat-Mobile? Wir mussten uns in der Gat-Mobile kommen. Oh, genau. Oh, genau. Oh, Mann! Hier, ich komme! Ich liebe diesen Teil! Schießt du gerade oder wäre wie beschossen? Ich schieße gerade. Okay, gut. Achtung! Ja! Genau, mit Viola de Winter. Also, wenn Burt in der Explosion stirbt, dann wie hast du überleben? Ich habe meinen Kopf verloren. Ich habe nur noch das Gestell hier. Ich sehe das aus wie Zähne vorne. Hahaha! Okay, das ist witzig. Äh, warum soll ich hier nicht abfahren? Ich soll weiter geradeaus, okay? Hm. Äh, gut. Gut. Also, mir wird angezeigt, ich soll weiter geradeaus fahren. Ach, hier soll ich erst runter, okay. Hoch. Wie die fahren. Die fahren auf jeden Fall im Sitzen auch weiter. Ja. Oh, darf ich mal kurz? Ja. Oh, jetzt bin ich mit der Brille hängen geblieben. Ja. Ja, so. Auf zum Burger. Ui, Alter. Mach mal nix. Oh, hier ist auch gleich jemand. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Oh Mann, hier komme ich! Äh. Auf hier! Okay, eh jetzt. Oh, hier, guck mal hier. Er ist von uns. Ja, der wird dem Zylinderprodukt immer gerade überfahren. Ach, das ist Pierce! Ups! Ey, Pierce wird immer von irgendeinem Auto überfahren. Was ist das? Auf hier! W-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ja, du kannst die Presse ein bisschen abgeben. Was ist das Pierce? Also, ich weiß nicht, ob das Pierce ist, aber... Hier würde er immer von Auto überfahren. So, äh, wir sollen also wieder einsteigen. Ach, nööööööööööööööö. Äh, Moment, oder sollen wir da hinten einsteigen? Warte mal. Ich schau mal eben. Weil da hinten ist ja das Sternchen. Da steht steig jetzt Auto. Ja, ja, das ist ein Auto. Das ist... Legitim... Oh, geil. Ne, das ist meins, glaub ich. Ach so, ist egal welches? Okay. Geil. Zerstöre die Panzer. We need to take out these tanks. Au. Das hier Schloss. Wettloste ich. Werft. Oh, hier, der Pierce ist bei mir drin. Ist er bei dir drin auch drin? Keiner drin. Ich nicht, bei mir ist es der Pierce drin. Oh, hier. Das ist ja. Papa kommt. Oh, hier. Martin. Papa kommt. Kuck. How'd you find Zinyak's location, anyway? Easy. I hacked Zinyak's fucking mountain at where their base was. What? Pierce is a hacker now? Soon Shondi will be hacking. Actually, I was hacking stuff back in Saints Row too. Why am I even here? Noch mehr Panzer? Mhm. Die kommen von, äh, keine Ahnung. Sollen wir jetzt zu denen hin, oder kommen die zu uns? Die kommen zu uns. Weil die sich gar nicht bewegen, deswegen. Achtet. Hey. Hey. Bis dahin! rated, масccac. So. Achterplatz hier. Boom, 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 boom. Eh. Und wie, Heritage. Haben wir wieder das Spielverbot gemacht? Haben wir wieder das Spielverbot gemacht? Keine Ahnung, also wir müssen die wahrscheinlich wirklich selber suchen. Der war rot und musste ich nicht abgeben. Hey, nicht rechts überholen. Nicht rechts überholen hab ich gesagt. Er sollte mich nicht rechts überholen. Oh, Panzer! Kein Panzer mehr. Nee. Oh. Alter, ich seh voll lauter Panzer nix mehr hier. Der war klug, der hat gebrengst, der nicht. So, aber das noch. Oh, Kackhorn! Oh, nicht mehr. Der hatte ich jetzt gerade überholt, der Kack. Ja, doch ist gut, wenn er schon mal fortfährt. Okay, wir sind fast da. Konfrontiere sind hier. Mach weiter geradeaus, okay. Konfrontieren wir ihn mal. Ach, da oben geht's ja. Oh, der hab ich gar nicht zu sehen. Haha. Noch ein Ufo ist runter. Oh. 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 Häng da. Äh, wie soll ich denn da hoch? Oh, vielleicht auf ihn rum. Ah, okay. Ich dachte, das wären überall Treppen. Deswegen dachte ich gerade... Aber gut, das ist ein Panzer. Hey, verfeuern wir. Platz. Oh, dieser Platz, dieser Platz hier kommt mir bekannt vor. Hat man ja nicht Weihnachten gefeiert? Ja. Ähm, du fährst aber auf ihn null. Was? Ich versuche nur dementsprechend den Panzern auszuweichen. Gleich dafür, wenn du mir mal im Weg stehst. Jo. Hier geht's wieder. So. Hier einmal rüber. Da einmal weg. Und ich kann jetzt tschau. Oh, Mutter. Ähm. Ach, ich sprach falsch. Aha. Das ist ja nicht so gut. Ach. Nee, das war richtig. Ich glaube, wir müssen aus dem Panzern aussteigen. Ja. Ist eigentlich doof. Will ich gar nicht. Im Moment nicht schön. Oh, ich höre hier noch, äh, höre hier noch, äh, das. Roboter. So. Okay. So. Dann mal ab. Oh, der Krackmann kann noch fahren. So. So. Oh. Oh, here we go. Yes. This part. Oh. 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 so der scherzluss mit dem ordentlichen die rügel leber spitz als sie nicht ab ab und er viel zu leicht ja das war die er aufbekommen das war definitiv viel zu Die Errungenschaft habe ich jetzt auch bekommen. Ich fürchte, ich weiß, was es für eine Errungenschaft war. Das war, glaube ich, die Errungenschaft, dass du da... dass du Sineac besiegen musst, ohne zu sterben. Und das war jetzt nicht wirklich... Oder vielleicht musste man auch da hinkommen, ohne zu sterben. Irgendwie sowas. Josh Brigg und Nightblade. Aber Nightblade könnte ich noch nicht. Oh, hier, guck mal, da ist dein Flammenwerfer. Mein Granatwerfer. Die Minikarole. Und die Minikarole. Oh. Ach, das war's schon? Na, es geht bestimmt wieder weiter. How the Saints Save Christmas wurde ja auch in mehreren Teilen durchgespielt. Erstmal gucken, rette den Planeten. Ja, und was kommt jetzt? Kehre zum Schiff zurück, sind wir. Was, Baggeld? Gebaggeld, was? Baggeld gibt's aber auch. Ja. Ich kann ja gleich mal gucken, ob es Upgrades irgendwie sind. Das ist schon jetzt. Upgrades, was gibt's denn da noch? Hier ist alles voll. Gesundheit. Alles voll. Welches Level bist du jetzt eigentlich? Bist du langsam Level 50? 47 immer noch. Also du kommst langsam nah ran. Hm. Okay, Pistole habe ich, MP habe ich. Dann nehme ich jetzt mal das Gewehr, das ich da unten. So, Gewehr 2. Gewehr 3. Und Gewehr 4. Warum kann ich eigentlich nicht zwei Gewehre in einer Hand halten? Zwei Sliper Gewehr. Bidehändig MPs. Das kann ich ja auch schon. Aber das hattest du ja glaube ich auch, ne? Bidehändig MPs? Äh, jaaaa. Ich glaube, ich gucke da oben. Okay, ich mache jetzt jetzt die Superstärke. Äh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die Superstärke mache ich auch nochmal gut. Na, Kampf oder was? Ich habe jetzt den Dampfhammer. Das ist gut. Den Rest lasse ich nochmal. Fahrzeuge. Habe ich nur noch die Monster Trucks. Die sind noch nicht freigeschaltet. Bandenfähigkeit. Ist auch alles super. Da wir jetzt mit einer Bande kämpfen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Was war das hier? Bande Wiederbelebung, das ist gut. Ich habe immer gedacht, dass es sich nur auf die UC, die du dann rufen kannst, die Sanky. Aber anscheinend ist es ja auch die Pier zum Kinsing und so. Ich wollte gerade sagen, könnte gut möglich sein, dass das auch die... Also jetzt im Augenblick ist es ja gerade so. Ja. So, Bande ist durch. Juuu. So. Boni, ja, warte, 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 warte. Boni, Boni ist auch nichts, okay. Okay, dann können wir ja... Äh... Wir sind wieder zurück aufs Schiff und da müssen wir, äh, runter irgendwo. Äh... Da. NOOOOO! Ah, ja, hier unten. Ach, bei Pierce wahrscheinlich, ja? Ja, da, wo Pierce immer gesessen hat. Mit dem Billardtisch und so. Äh, immer noch sitzt. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Äh. 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 Äh, Äh. Okay, ja. Okay. Okay. Ach, schön. Mach nicht. Jetzt wollte ich extra über den Zaun springen. Bin einfach durch hier ran. Bremst du wieder? Wollte hier einmal die Stadt zeigen, aber nein. Es ist nicht eine Stadt. Oh. Auch komisch. Bin da. Ich auch. Also fast. Ich bin mal drüber. Oh Gott. Kass. Mal Lippe-Fu. So Arme oder wie die heißen. You have to admire that outfit. The fact that she agreed to wear it. Yeah. War eine gute Klammer gefallen. Wo ist sie denn? Wo ist das Dach? Wo ist das Dach? Oh. You really think two of you can stop me? You really think it's just the two of us here? There's more. Well then. Perhaps I should introduce myself. I don't know. Give me a second. Oh Gott. No, don't we? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Donnie. Shawnee hat mich gebet. Dominatrix hat gerade schon gesehen, Pierce. Bei der Hände. Die Hände ist das gerade schon. Sie schreiten meine Hände. Ich brauche Hilfe. Bullocks. Jetzt Pierce auch. Sie müssen sich in zwei Kopien verletzen. Du gehst nach Piers, ich retzue Shandy. Das ist gut. Donnie immer geht nach der Frau. Oh, egal. Können wir nur auf was passiert ist? Kannst du die Dominatrix machen? Oh, verdammt! Warum musste ich eine Vizepräsidentin sein und nicht die Heroin machen? Ich bin sicher, dass dein Tag kommt, Piers. Ah, ja, ok. Ehh! Ah, dammit! Sie lockt mich in! Ja, get me down! Sie war tot. Ja. Ähm. Oh, das ist nicht richtig. Ich wurde nur mit dem Dildo verbrügel. Ich auch. Da hinten sind noch zwei. Ja. Oh! Ist das ein Panzer? Gut. Gleich wieder weg, denn. Geht weg. Hm? So, Schatzi. Haha. Ich hab den Panzer umgekifft. Ich hab den Panzer umgekifft. Huch! Was ist hier los? Oder so. Ah! Fang! Immer noch nicht. Flieg! Flieg! Da hinten ist irgendwo der Gegner, der... Ja, ich schmeiß mal nach. Wie jetzt, der lebt noch? Das war sehr schlau von mir, dem so weit weg zu schmeißen. Ja, ich dachte, der... Get up. Okay. Äh, ich hab einen Bug. Ach nee, ich hab sie. Das ist schon okay. Ja. Ach toll. Ich schmeiß eine Kiste nach uns, sorry. Ich hab sie, so schlimm. Hab ich das jetzt getroffen oder abgelenkt oder hast du das getroffen? Das Schiff. Das Flugzeug war hinter uns. Okay, das hab ich auch. Gucken wir mal, was herzuneutet. Hey, du hast ein Auto. Das ist gestohlene Gesundheit, okay? Ich mach das erstmal alle Teleportationsdinger voll. Okay. Also der... Da oben her... Die... Die Knirch... Die... Oh, das ist wie zu weit. So. All the people in this simulation are mine. You will... Bow. You have to kill me first. Sowas. Macht ihr hier so ein Theater? Und du? Da unten. Ma'am! Was? Wo? Was? Ach so, wir dürfen. Ich hab' wieder ganz vergessen. Ich hab' wieder ganz vergessen. Stell' die nicht an. Ich würd' mich ja gerne so hängen lassen. Haha. Ich hab' mal kurz'n Arm reingesteckt. So falsch an. Und? Das ist... Warum werden die Probleme mit Gewalt gewusst? Hey, guys. I don't even wanna know where they're right. Um. Hey. How's my girl doing? Yeah, about that. We need you to come rescue us. Both of us. Haha. Haha. Yeah, that wasn't much of a rescue. Hey, not my fault. I was just following the script. Sure. That's what it was. Ja, wer hat denn bloß dieses Script geschrieben? Haha. So, wir räumen hier mal ein bisschen auf. Und wenn... schneller, wie darf ich... wieder? Ist das richtig? Ich weiß ja nicht. Ich seh' dich nicht. Na, geobachtet. Ja. Ich bin das hier, ja? Ich bin das hier, ja? Nee. Ja. Ich bin das hier. Hm. Hm. Ich kann damit nicht nehmen. Genau. Nein. Ja. Du kannst. 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 Das ist nicht so easy für you to joke about it, Pierce. You weren't the one getting the crap kicked out of you. I hear that's what can go on at those things. Besides, like you haven't fought off hordes of evil before. Not when each remaining version of her gets more powerful as the rest die. It's actually pretty challenging. Shit, right. Forgot about that part. Why aren't you explaining that to the boss during the fight anyway? Isn't that your thing? Because I don't come in until after this fight, remember? Now shut up so we can get to that part and see my genius in action. You will serve my everything. Oh, gotcha. You're almost free. At least someone can save us. Jesus, I said I was sorry. Hey, Mama. Steck mal deine Hand rein. Steck meine Hand rein. Ich hatte jeden mal die Hand reingeschnitten. Einmal, zweimal, dreimal. Off. Wanda, wanda. You kidnapped. What? No, I figured out a way to trap the Dominator. I'm at the power plant. Get here quick. Don't worry, boss. I'll keep Donnie's savior. Jeez, thanks. Warum das? Oh, da hinten kommen noch welche. Remind me why you didn't get kidnapped too? I'm too smart for her. And I was always kind of hurt. The boss thought I would have fallen for some sort of trap to hold me hostage. Who's only acting on my pop? That's no excuse. Actually, it kind of is. Whatever, you could have changed the script. Now quiet, this is the best part. The best part? So, it's actually the right time, um a pause to do it. Ah, if it's been very cool, it should be also. Yeah, I think I do. We need to be careful here. We need to be careful here. I think they always come back. Nope. Now here is calm. All right. So, we'll have a short pause, I would say. Hey, where are you going? So. So. The, uh, oh, wait a minute. The Dominatrix has no... Oh. I think you have right. We need to start faster. We need to start faster. Or faster. Okay. We'll have to do the next time, if we're going to do it. Okay. Katsching. Katsching. So. Jetzt ist er weg. Okay. So, ähm, ja, also, ne, ähm, ja, ähm, ja, warte, äh, ja, irgendwie, so, bis gleich. Rückgang, rückgang, okay, ciao, bis gleich. Bis gleich, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.